Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe einen neuen Job. Ich habe mich am 1.1. beworben und habe am 2.1. Vorstellungsgespräch gehabt. Und am 7.1. ist der erste Arbeitstag gewesen. Ich sortiere jetzt im Moment gerade für eine Brauerei Flaschen in Kisten ein. Und zwar Flaschen, die neu geliefert werden, sind ungefähr auf einer Palette von 2,20 Meter Höhe. Sind die gestapelt. Und damit man da dran kommt, steigt man auf Bierkisten. Das ist völlig normal, dass man kein Gerüst hat und keine Leiter. Man nimmt einfach Bierkisten und klettert da hoch. Ja, ich brauche jetzt noch ein paar Tage bis zum 31. Dann habe ich Arbeitslosengeld und dann kündige ich da und werde dem Arbeitsamt sagen, ich habe gekündigt, weil ich mein Leben nicht gefährden möchte. Ich steige nicht länger als nötig auf Bierkisten, um Flaschen zu erreichen. Das mache ich nicht. Auch nicht für 30 Cent mehr als Mindestlohn.